Und es geht weiter mit Bernie. Yo. Wir haben zwar kein Laserschwert, aber wir haben ein scheiß Schwert. Einfach vollgechillt hier durchgehen. Das Ding ist so dumm. Jetzt reicht es mir aber. Na, gegen euch will ich nicht kämpfen. Immer nach rechts gedrückt, ganz einfach. Das ist ja nicht Glück. Safe. Ich weiß, dass ich das sohlen kann. Und ich weiß aber nicht mehr genau, wie. Einfach springen. Ach, stimmt. Ich sollte X gedrückt halten. Iha. Und hier könnt ihr einfach Jackie Chan machen. Und somit fehlt uns noch ein einziges Herzchen. Welch ein Glück. Oh, hier waren unser ewigst einfacher Gegner. Okay, das war jetzt gemein. Einfach hier schön chillig weitergehen. Okay. Yay. Couldn't finish. Ha. So, Rudeo reiten, üben. Okay, genug geübt. Ah, Bunny! Wie soll das eigentlich durchgehen? Nun, aber was soll's. Durchsprinten, ne? Und unbedingt die Kugel nehmen. Obwohl ihr genau da eigentlich wieder hin müsst und demnach es müßig ist. Ah, nein, 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 nein! Ha! Bin ich genial. Also mal speichern. Und Kürbisface besiegen, ne? Und wir sind durch. Nein! Bani! Warum? Was hab ich dir getan? Ganz ehrlich, ich liebe dich doch. Jetzt bin ich voll verletzt. Und jetzt bin ich verärgert. Naja, hier hochspringen. Alter, wenn ihr's nicht wollt, dann geht Bunny dahin. Und jetzt bin ich auf die... Kann Sprint. Sieh. Ja, hier drüber springen wir. Am schlauesten gewesen. Dinge kalt machen, ne? Die scheiß Kanonen verfluchen. Und fertig. Tick. Ja, so geht's natürlich auch, ey. So, willkommen zurück. Ah, ne. Falsche Zeit. Hab ja gerade eben ausmachen müssen. Jo, jedenfalls. Müssen wir jetzt hier rauf. Aber so toll wie ich schafft das natürlich keiner. Haha. Böses. Gewehr. Dings. Bums. Stirb. Schlampe. Warum will das nicht sterben? Jeder Gegner sollte davon träumen, von mir getötet zu werden. Gewehr. Das will meine Intelligenz einfach nicht anerkennen. Das hier ignoriere ich komplett. Du bist es nicht wert von mir gekillt zu werden. Und... Scheiß ist mal erst zu öffnen. Und es ist offen. Und es ist gefällt worden. Und es ist gefällt worden. Das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich noch nie gesehen. Mein Glück ist mal wieder überragend. Du bist tot. Und... Und endlich gehen wir hier rauf. Wenn jetzt ist hier doch eine grüne Tür, dann lache ich. Ja, jedenfalls steigen wir jetzt den Bär, wenn Bunny mal ordentlich springt. Sie traut sich so vor dem Publikum nicht all ihr Können zu zeigen. Ihr müsst ja etwas verstehen. Und... Nein, die Tür ist doch gelb. Yay. Hihi. Hihi. Oho. Du bist tot. Yo. Die bieten mir hier so was Schönes zum Speichern an. Und wisst ihr was? Ich nehme diese Speicherung an. Und damit schließe ich nämlich diesen Part ab. Wieder. Also... Was dahinter ist und was dort Schönes für Bunny ist, werde ich im nächsten Part sehen. Bis dahin. Macht's gut. Und das war's schön. 0,3, 0,4, 0,4, 0,5, 0,5, 0,5, 0,0, 0,0.